Das Oktav von Sonalto ist ein hinter dem Ohr Hörgerät für Personen mit leichter bis mittlerer Schwerhörigkeit, das sofort einsatzbereit ist, ganz ohne Anpassung durch einen Akku-Sticker. Setzen Sie das Oktav in allen Situationen ein, in der Sie die Lautstärke erhöhen möchten. Sie werden sofort besser hören. Das leichtgewichtige Hörgerät besteht aus einem Gehäuse mit Batteriefach und Drehrädchen zur Lautstärke-Einstellung sowie einem Schallschlauch mit Schirmchen. Mit wenigen Handgriffen lässt sich das Hörgerät ganz einfach in Gebrauch nehmen. Öffnen Sie das Batteriefach und legen Sie eine der mitgelieferten Batterien hinein. Anschließend legen Sie das Gehäuse bequem hinter Ihr Ohr und lassen den Schlauch nach vorne in Ihre Ohrmuschel laufen. Das Schirmchen können Sie nun sanft und sicher direkt in Ihrem Gehörgang platzieren. Anschließend sitzt das Oktav fest an Ihrem Ohr für optimalen Hörgenuss. Mit Hilfe des integrierten Drehrädchens stellen Sie bequem die für Sie passende Lautstärke ein. Dazu stehen Ihnen drei verschiedene Programme zur Verfügung. Am Schallschlauch ist außerdem ein Ausziehfaden angebracht, dank dem Sie das Schirmchen ebenso einfach wieder aus Ihrem Gehörgang ziehen und das Hörgerät ablegen können. Nutzen Sie unser 30-tägiges Rückgaberecht, um Ihr Hörgerät ganz ohne Risiko und in Ruhe in Ihrem Alltag zu testen. www.hörhelfer.de www.hörgerät.de www.hörgerät.de